Neu eingetroffen ist ein BMW M3 Cabrio E46 Baureihe aus dem Jahr 2005 aus erster Hand lückenlos Chekev gepflegt bei BMW ist eine deutsche Erstauslieferung das Fahrzeug ist ein Sechszylinder mit 343 PS ist ein Sechszylinder dieses Fahrzeug erinnert mich an meine Jugend gucken wir uns das Fahrzeug jetzt einmal an Edium Silber, Xenon Scheinwerfer, wir haben 18 Zoll Leichtmetall Felgen für damalige Verhältnisse ein richtig tolles Cabrio Vollledersitze, SMG Schaltung 133.000 erst gelaufen Harman Cardone Soundsystem wir haben ein vollelektrisches Verdeck funktioniert auch ohne Probleme einen CD Wechsler ist auch vorhanden Navigationssystem Professional sequenzielles M Getriebe 6 Gang also SMG ja wie viel bieten wir den an für 48.950 Euro falls du aktuell nach einem M Cabrio suchst in Mülheim an der Ruhr auf der Steinkampstraße steht einer wir nehmen gerne auch dein altes Fahrzeug in Zahlung und wenn ich jetzt sein Interesse geweckt habe kommst du am besten vorbei